Bei der Windtestanlage für Kleider kann man testen, wie die Jacke geschnitten ist, wie sie sich im Fahrtwind verhalten und wie die Winddichtigkeit des Materials ist. Ich glaube, hier muss ich noch eins klein probieren. Die flattern noch ein wenig fest im Wind. Im Lichttestraum kann man das Lichtbild der Lampe verraussen testen und sieht im Vergleich zu den anderen Lampen aus. Bei der Sattelteststation können wir die verschiedenen Sattel sehr schnell wechseln, draufsetzen und das Ganze in der Bewegung auszuprobieren. Man spürt sehr schnell, welcher Sattel passt und welcher nicht.